Hallo, mein Name ist Alexander Gorbunov und heute zeige ich Ihnen eine in jeder Hinsicht profitable Gewerbeimmobilie, die sich nur 150 Meter von der U-Bahn-Station Nekrasovka entfernt Objektadresse, Moskau-Stadt, Sand, Rostnisch-Tvenskaja, Haus 32. für langfristige Vermietung von Nichtwohngebäuden mit einer Fläche von 78 Quadratmetern M. Im Erdgeschoss eines 2013 erbauten 17-stückigen Wohngebäudes Das Zimmer verfügt über einen geräumigen Lungi-Bereich von 12 Quadratmetern M. Drei Zimmer mit einer Fläche von 19, 14 und 12 Quadratmetern M. Und ein großes Badezimmer Alle Zimmer sind fertig Fenster an zwei Seiten des Hauses, südöstlich bzw. nordwestlich Der Zugang zu den Räumlichkeiten erfolgt direkt von der Straße über die zahlreiche Bewohner des dicht besiedelten Gebiets zur U-Bahn gelangen Es gibt einen hohen Fußgängerverkehr und eine gute Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen Die U-Bahn-Station Nekrasovka befindet sich nur 150 Meter vom Eingang des Geländes entfernt Es gibt eine Rampe für Menschen mit Behinderungen Alle anderen Räumlichkeiten in diesem und den benachbarten Häusern sind bereits belegt und bringen ihren Eigentümern ein stabiles Einkommen Der Raum verfügt über alle vorhandenen Kommunikationen An den Fenstern sind vandalensichere Gitter angebracht Es gibt einen Feueralarm Elektrik und Beleuchtung sind geschieden Im Innenhof des Hauses befindet sich einer der besten und größten Spielplätze der Gegend Eltern mit Kindern aus vielen umliegenden Häusern kommen hierher um spazieren zu gehen und Spaß zu haben Der Bezirk entwickelt sich weiterhin mit hohem Bautempo und die Geschäftsräume in diesem Haus die bereits ausreichend mit menschlichen Strömen ausgestattet sind haben immer noch ein hohes Potenzial für ein Umsatzwachstum Das Zimmer befindet sich in Privatbesitz einer Person, dem ersten und einzigen Eigentümer Es gibt keine rechtlichen oder Kreditbelastungen Mögliche Mietferien Rufen Sie mich noch heute an und schauen Sie zu einem für Sie passenden Zeitpunkt zu für Ihre Zeitpunkt und die Zeitpunkt zu haben oder auch für Sie passenden Zeitpunkt zu haben